Wenn der Wind ist, ist er noch mehr hier, dann kannst du ja schon mal mit so einer Funde machen. Auf jeden Fall. Ich bin gleich direkt an meiner Nase vorbei. Ja, das denke ich mir mal. Jetzt macht das wie Concordia. Klatsch, haue Seite. Dann kannst du mal noch ein paar Warnwesten aus dem Auto holen. Ein paar Schwimmschuhe, damit du über das Wasser laufen kannst. Genau. Dann liegt aber erst runter in die Küche und guck, was da alles geht. Die gebratene Taube auf Eis oder eigentlich? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020